sports england oben im glas studio beeindruckt sagt kollege das war nicht einfach für keegan brown das war vielleicht der größte moment in seiner karriere und darum habe ich versucht von anfang an druck aufzubauen und als ich 30 vorne war habe ich gespürt dass dass er dass er druck aufbaute ich wollte ihn nicht mehr rein lassen ich wollte nicht das 3 1 haben und manchmal dann werde ich ein bisschen hektisch dann drücke ich zu viel und das hilft mir nicht ja die 99 mit dem finish zweimal die doppel 20 zu treffen ja das habe ich das habe ich eigentlich nie gemacht das stimmt sie hätten sich von der bühne geworfen das hätte niemals erlauben dürfen das spiel hat sich enorm gewandelt auch ein dreimaliger weltweißer hat nie darüber nachgedacht bei 80 punkten zweimal tops zu spiel das gab es einfach gar nicht das war entweder über die 16 oder über trippel 20 doppel 10 das spielt so ein bisschen verändert hat oder treppel 17 mutilies 48 so wie denkbar ist es zu loveli dort vor 17 lebt 82 so 25 17 für doppel top so diese neue kombination die es früher nicht gab und die inzwischen etabliert sind auf dem profi circuit das einzige was ich wirklich wollte war der erste runde gegen christina wollte ich durch probably needs to be a little bit more aggressive but what to play is the pressure of the christophie vielleicht einer der so ein bisschen mehr aggression an den tag legen noch besser zu werden ja ich weiß jetzt noch nicht gegen die spiele oder steve west dieser steve west der hat ganz schön selbstvertrauen ist die was das ist die was das ist die was die mann nicht ist das little bit bubbly in der glaubte steve west ist einer der gary anderson jetzt ärgern will er hat muss auf dieses märchen und lift er sind mit alter i was ready in the program was you want it you want a cold play try to be played und walk off stage und leave the trophy in the world i used to do what i don't know gary rosen abgut jetzt geht's los mit dem viertel final also er hat wie gesagt dass er dass er den pokal auf der bühne stehen lassen wird wenn er ihn gewinnt und dann geht er von der bühne runter ich habe alles gemacht was ich tun muss ich habe viel trainiert ich genieße jede minute und ich habe die menschen um mich herum die ich mag und die mir wichtig sind aber fach rein downstairs wir würden die same room together in vegas wenn ich muss borden nie mit kreis und 27 jahren zwischen alles was geht um den zonen mann von herringen der damals in das vegas offenbar gemeint hat also quatsch ein bisschen über alte zeiten er ist auch heute ganz schön in blauer laune so wie das schon nach seinen zweitrunden sie gegen justin beibe war